Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ungefähr zehn Wochen habe ich hier ein Balkonkraftwerk aufs Garagendach gebaut. Also nicht irgendein Balkonkraftwerk, sondern das Anker Solix Solarbank Dual System. Mit vier Panels hier, insgesamt 1780 Watt und zwei Akkumodulen a 1,6 Kilowattstunden, also zusammen 3,2 Kilowattstunden. Ja, und nun sind zwei Monate vorbei. Der April, der März ist komplett durch. Wir sind jetzt im Mai. Und da ist es doch mal an der Zeit, mal zurückzublicken, Fazit zu ziehen. Wie hat sich das System geschlagen in den ersten zwei Monaten? Gab es Probleme? Und wenn ja, welche? Bin ich damit zufrieden? Wie hoch war der Ertrag? Lohnt sich das System dann überhaupt, wenn ich das aufs Jahr mal hochrechne? All das, das erfahren wir heute in diesem Video, wird also vor allem für diejenigen spannend, die sich für Balkonkraftwerke mit Speicher interessieren. Deswegen unbedingt dranbleiben! Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, ich verlinke das mal hier oben. Und falls ihr nicht genau wisst, was das Anker Solix Solarbank Dual System ist, ich habe hier vier Panels, IBC-Panels mit je 445 Watt. Die sind komplett schwarz, haben deswegen einen super Wirkungsgrad von 25 Prozent, also ungefähr 2-3 Prozent mehr als andere Panels. Liegt daran, dass die Leiterbahnen für die kleinen Silizium-Module hinten aufgebracht sind. Und deswegen ist die effektive Fläche, die von der Sonne beschienen werden kann, größer. Und daher liefern die Panels ein bisschen mehr Ertrag. Ja, auf die Panels gibt Anker 15 Jahre Garantie und insgesamt, sagen sie, 30 Jahre soll die Lebensdauer betragen. Und die Akkus, die hier unten in der Garage verbaut sind, das sind LFP-Akkus. Die haben 6000 Zyklen Lebensdauer, bis sie unter 70 Prozent sinken. Das ist auch spitzenmäßig. Und die Installationsdauer, ja, die liegt normalerweise so bei zwei Stunden. Also ich habe tatsächlich ein bisschen länger gebraucht, aber das lag daran, weil ich diese vier Panels hier erstmal auf die Garage wuchten musste. Und da kommen wir auch gleich schon zum ersten Nachteil. Ich habe hier so Ständer verbaut, die haben einen Anstellwinkel von im Moment 15 Grad. Man kann das auch noch einstellen, aber wegen der Windlast habe ich das relativ flach gehalten. Da sind dann so Steine drauf insgesamt pro Ständer, so 50 Kilo, also pro Panel, dass sie nicht wegfliegen. Und durch diesen flachen Winkel ist es halt so, dass diese Panels sich nicht wirklich selber reinigen, wenn es regnet. Das heißt, der Regen läuft natürlich ab, aber nicht so gut, dass dieser ganze Staub oder Vogelkacke oder was auch immer da im Laufe der Zeit draufkommt, eben komplett verschwindet. Und jetzt nach zehn Wochen, wir hatten auch ganz viel Sahara-Staub in den letzten Wochen. Ja, schaut euch mal an, wie die Panels da aussehen. Also wirklich furchtbar. Ich habe sie nur noch ein bisschen gereinigt, damit sie wieder schön glänzend und schwarz sind. Aber das muss man dann schon alle paar Monate mal machen, wenn man natürlich den maximalen Ertrag möchte. Also im Prinzip unter uns gesagt, so viel bringt es gar nicht. Also ein, zwei Prozent vielleicht mehr. Aber ob die jetzt dreckig sind oder nicht, man merkt es eigentlich fast gar nicht. Es sieht aber natürlich nicht so schön aus. So, hier unten stehen die Akkus. Das sind zwei Anker Solex Solarbank Systeme je 1600 Wattstunden zusammen, also 3,2 Kilowattstunden. Als erstes ist zu sagen, dass diese 3,2 Kilowattstunden in der Realität zwar auf dem Papier stehen, aber als Speicher physikalisch so nicht zur Verfügung stehen. Also ich habe in meinen zwei Monaten, wo ich das System jetzt betrieben habe, festgestellt, dass ich ungefähr 2,9 Kilowattstunden in die Systeme reinladen kann. Und als Endladung habe ich so 2,7 Kilowattstunden zur Verfügung, weil jetzt, wo es ein bisschen wärmer geworden ist, da lasse ich natürlich Puffer und zwar 5 Prozent. Das kann man in der App auch einstellen. Also bei Kälte würde ich sagen, geht nicht unter 10 Prozent. Und wenn es jetzt wärmer wird, dann kann man ruhig bis 5 Prozent runtergehen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Also 95 Prozent, ja, Gesamtkapazität vom System hat man zur Verfügung. Die 3,2 Kilowattstunden sind in Wirklichkeit dann nur 2,7 Kilowattstunden. Das müsst ihr wissen, weil natürlich nützt es einem nichts, wenn irgendwie eine höhere Zahl auf dem Papier steht, sondern zählt es, wie sagt man so schön, was hinten rauskommt. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse vom März an. Da gibt es natürlich in der App eine sehr schöne Statistik. Die Solarerzeugung im März, die war insgesamt 81,26 Kilowattstunden. Ja, das ist gar nicht mal so wenig. Und der Gewinn, der hier ausgewiesen wird, der ist bei 26,80 Euro. Das liegt daran, dass mein Strompreis im Moment bei 33 Cent die Kilowattstunde liegt. Interessant ist eben auch noch die Bestimmungsorte für die Energie. Also wir haben von den 81 Kilowattstunden im März, die wir erzeugt haben, 84 Prozent in den Akku geladen und nur 16 Prozent direkt ins Haus eingespeist. Und genau so will ich das auch. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Ich habe eine alte Bestandsanlage hier auf dem Dach und dieses Balkonkraftwerk ist nur eine Ergänzung dafür, eben auch mit Speicher, dass ich in der Nacht möglichst meinen Grundbedarf, also meine Grundlast decken kann. Ja, im April, da haben wir schon ein bisschen mehr erzeugt. Da waren es nämlich 106 Kilowattstunden und wir haben einen Gewinn erzielt von 35,20 Euro. Ja, statt 84 Prozent sind nur noch 68 Prozent in die Akkus gegangen, also von diesen 106 Kilowattstunden. Und 32 Prozent direkt ins Haus. Ja, ganz einfach deswegen, weil die Akkus natürlich irgendwann am Tag auch voll waren. Und je mehr Ertrag die Solaranlage hier auf dem Dach liefert, desto schneller sind die Akkus natürlich voll. In der Regel beim guten Sonnentag ist das bei mir der Fall so spätestens 15 Uhr, 16 Uhr. Dann sind die Akkus voll und alles, was die Solaranlage dann liefert, das geht natürlich ins Haus. Also natürlich nur maximal die 600 Watt. Interessant bei der Solarerzeugung ist jetzt die gesamte Jahresstatistik, wobei das Jahr, wie gesagt, eigentlich zählen nur die beiden Monate März, April. So, dass wir sagen können, wir haben im Moment 206 Kilowattstunden für das ganze Jahr, also die zwei Monate, sage ich mal. Und ein Gewinn erzielt von 68,10 Euro. Einspeisequote in die Akkus liegt bei 74 Prozent. Jetzt schauen wir uns mal das an, was in die Akkus gegangen ist. Hier haben wir den Monat März. Da sehen wir, dass 68,5 Kilowattstunden in die Aufbewahrung gingen. Aber die Ausgangsleistung, sprich das, was wir ins Haus eingespeist haben, die liegt nur bei 59 Kilowattstunden. So können wir sehen, dass beim Akku natürlich auch Verluste drin sind. Das heißt, das, was ich einspeise, das kriege ich nicht hundertprozentig wieder raus, sondern ungefähr nur 80 Prozent. Also wir haben etwa 20 Prozent Verlust plus minus 2 Prozent, würde ich mal sagen. Im April ist es ähnlich. Da haben wir 72 Kilowattstunden in die Aufbewahrung geschickt, also in die Akkus reingepumpt, aber nur 59 Kilowattstunden wieder rausbekommen. Das heißt, auch hier ungefähr 20 Prozent Verlust. Und wenn ich mir das ganze Jahr, also die beiden Monate in Summe angucke, dann sind es 151 Kilowattstunden Aufbewahrung, aber nur 127 Kilowattstunden sind davon ins Haus gegangen. So, und jetzt zeige ich euch mal so einen typischen Tagesverlauf von so einem sehr sonnigen Tag. Das war Anfang Mai Sonne pur von morgens bis abends. Am Anfang sehen wir ein sehr langes Plateau. Das war die Grundlast, das war die Einspeisung aus den Akkus ins Haus. Dann gibt es einen kleinen Knick und das Plateau geht weiter. Dann habe ich die Anlage so eingestellt, dass vom Sonnenertrag auch ein bisschen was, ich glaube so 100 oder 150 Watt, ins Haus geht. Das erhöht sich nochmal so gegen halb elf, ja, 11.30 Uhr war es genau. Und dann, ich würde mal sagen, das ist so gegen 14 Uhr, 12.30 Uhr, ja, 13 Uhr, 13 Uhr ist 14 Uhr. Da seht ihr dann hier so einen riesen Tafelberg. Ja, das bedeutet im Prinzip, die Akkus sind voll. Tja, bam. Tafelberg. Und dann gibt es noch so ein bisschen Zicke-Zacke, so ein bisschen Geplänkel, bisschen was liefern die Module noch. Und hier seht ihr dann so eine langsam abfallende Kurve, bis die Module auf Null sind. So, ja, und dann beginnt wieder ein kleines Plateau. Das ist dann wieder die Einspeisung aus dem Akku ins Haus. Und ihr seht schon, dass solange die Module nicht auf Null sind, also solange die Module noch was liefern, kommt nichts aus dem Akku, obwohl ich das so eingestellt habe. Und das ist so ein Problem, da kommen wir gleich noch zu. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie viel Euro habe ich denn jetzt eigentlich in diesen zwei Monaten mit der Anlage wirklich konkret gemacht, wenn ich die Verluste auch mal abziehe. Und was würde das für das ganze Jahr bedeuten und für die gesamte Amortisation? Wir haben also insgesamt 206 Kilowattstunden erzeugt. 54 Kilowattstunden davon waren direkte Einspeisung von den Panels ins Haus. 151 Kilowattstunden sind von den Panels in die Akkus gegangen. Davon müssen wir aber 20 Prozent Verlust abziehen. Bleibt noch 127 Kilowattstunden über, die wir aus den Akkus dann auch effektiv ins Haus wieder eingespeist haben. Das heißt also, in Summe lag die Einspeisung ins Haus bei 181 Kilowattstunden. Das mit den 33 Cent multipliziert ergibt eine Ersparnis von 60 Euro im März und April zusammengerechnet. Wenn ich das mal hochrechne und ich sage mal Januar rausrechnen, Dezember rausrechnen, bleiben also noch zehn Monate übrig. Die starken Monate kommen aber erst noch, sodass ich davon ausgehe, dass ich mit dieser Anlage so 350 bis 400 Euro im Jahr tatsächlich sparen kann. Bei meiner Ausrichtung wohlgemerkt, die nicht hundertprozentig optimal ist, eben auch, weil die Hauswand ab 17 Uhr das Ganze dann verschattet. So, Anker sagt, die jährlichen Kosten kann ich mit dem System um 596 Euro, nee, 569 Euro reduzieren. Bei mir kommt raus ungefähr 400 Euro. Also, ganz weit auseinander liegen wir da ja gar nicht. Also von daher passt das schon und bei einer besseren Ausrichtung mag das dann eben auch einigermaßen hinkommen. So, die Anlage kostet im Moment 3200 Euro. Je nachdem, manchmal gibt es natürlich auch Rabattaktionen. Das heißt, Amortisation bei mir acht Jahre. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Wert. Garantie ist ja deutlich länger. Jetzt hatte ich euch vorhin erzählt, dass es ein paar Probleme mit der Anlage gab. Und ja, ganz rund lief es nicht. Aber ich muss zugeben, die Probleme sind nicht wirklich gravierend. Also insgesamt muss ich sagen, das System läuft mehr oder weniger diese ganzen zwei Monate störungsfrei. Ganz am Anfang, also vielleicht drei, vier Tage nach der Installation dieses Systems, da gab es, glaube ich, ein Update von der Anker-App. Übrigens gab es jetzt in den zwei Monaten schon das dritte Update. Das letzte Update war vor einer Woche. Und da tun sie also permanent irgendwas, auch wenn man es nicht unbedingt immer sofort sieht. Aber im Hintergrund scheinen sie irgendwas zu fixen. Das ist schon mal sehr positiv. Aber nach den ersten zwei, drei Tagen, da fing das System an, trotz meiner Einstellungen permanent 100 Watt ins Haus einzuspeisen. Also selbst wenn ich diese Einstellung auf 0 Watt runtergeregelt hatte, weil ich eben alles in die Akku schieben wollte. Nein, das System hat immer 100 Watt von den Solarpanels ins Haus eingespeist. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe es nicht wieder irgendwie hingekriegt. Ich habe dann die gesamte App nochmal deinstalliert und das gesamte Setup nochmal neu durchgeführt. Ja, und irgendwie ging es dann am nächsten Tag. Was das war, keiner weiß es. Und seitdem ist es auch nie wieder aufgetreten. So, und die anderen Probleme, die im Laufe der zwei Monate aufgetreten sind, die habe ich hier dokumentiert. Ich habe so ein kleines Tagebuch geführt. Immer dann, wenn irgendwas komisch war, habe ich mir das notiert und auch so ein Bildschirmvideo gemacht. Und das möchte ich euch jetzt heute mal zeigen. Das Grundproblem bei der App hier von Anker ist, dass sie die Änderungen, die man hier durchführt, nicht sofort, ja, umsetzt. Das heißt, ich ändere eine Leistung oder ich schalte die Leistung aus und es passiert erst mal nichts. Und zwar minutenlang, bis zu fünf Minuten. In meiner Praxis habe ich festgestellt, dass das eigentlich mindestens immer drei Minuten dauert, bevor hier irgendeine Einstellung, die ich ändere, bevor die sich wirklich durchschlägt, also in der Anzeige hier in der App. Das muss man wissen. Wenn man nämlich zu ungeduldig ist, und am Anfang war ich das ein bisschen, man ändert was und es passiert nichts und man denkt, es funktioniert nicht. Das stimmt aber nicht, es dauert einfach nur ein bisschen. Da muss man Geduld haben. Das gravierendste Problem, was ich für mich sehe, ist, dass die eingestellte Leistung, die aus den Akkus ins Haus kommen soll, eben nicht immer zuverlässig eingespeist wird, weil zum Beispiel eben die Solarpanels vom Dach noch Leistung liefern. Und solange das passiert, also auch gerade im Sommer, in den Dämmerungsstunden, wenn die Panels noch 30, 20, 10 Watt liefern, ich will aber eigentlich 200 Watt ins Haus einspeisen, die Akkus sind auch voll, also könnten theoretisch hier voll reinliefern, sie tun es aber nicht, weil eigentlich priorisiert wird, die Leistung, die vom Dach kommt, die geht ins Haus und solange noch Leistung vom Dach kommt und die Akkus voll sind, oder auch sie müssen gar nicht mal voll sein, solange geht einfach nichts ins Haus. Hier zum Beispiel habe ich 280 Watt eingestellt und ihr seht es, 120 Watt kommen noch vom Dach, die Akkus sind bei 73%, aber es geht nur 120 Watt ins Haus, nämlich das, was vom Dach kommt. Aus den Akkus kommt nichts, obwohl ich 280 Watt eingestellt habe. Und das ist natürlich doof, im Sommer verschenkt man dann eben die Dämmerungsstunden und kann die Grundlast dann da in dieser Zeit nicht wirklich decken, erst wenn es dann wirklich dunkel ist und die Panels 0 Watt liefern. Eine weitere Unschönheit war bei mir nach dem zweiten Update der App, dass die Statistik, dieser Graph, irgendwie nicht immer zuverlässig angezeigt wurde. Also ich würde sagen, bei jedem zweiten Mal, wo ich die App geöffnet habe, wurde der Graph nicht geladen. Das dauert ja sowieso immer so 30 Sekunden oder 20 Sekunden, bis der Graph sich aufbaut und er refresht sich auch einmal die Minute. Aber da passierte gar nichts, sondern ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte die App neu laden, ich konnte hier runterziehen und das irgendwie reloaden. Nein, der Graph wurde einfach nicht geladen. Also das passierte die ganze Zeit und erst nach dem letzten Update vor einer Woche, da scheint das behoben worden zu sein. Denn jetzt lädt sich der Graph eigentlich relativ zuverlässig. Ja, nächster Punkt, das, was man hier in der App einstellt an Leistung, die ins Haus gehen soll, das wird nicht immer eingehalten. Ja, eigentlich möchte ich doch das, was ich hier einstelle, dass genau das auch ins Haus geht. Ja, tut es aber nicht immer. Aber manchmal schwankt es eben, dass es leicht drüber liegt oder leicht drunter. Also ich habe mir angewöhnt, immer so 30 Watt mehr einzustellen, als ich wirklich ins Haus haben will, weil dann kommt es ungefähr so hin. Das heißt, wenn ich 200 Watt einspeisen will, stelle ich die Leistungsabgabe hier auf 230 Watt ein. Ja, nichtsdestotrotz ist es aber auch so, wenn die Akkus voll werden, also sie sind noch nicht mal voll, aber sie nähern sich so 95 Prozent, dann geht fast alles ins Haus und die Akkus laden nur noch sehr langsam. Das ist ja auch akkuschont und auch relativ gut. Aber muss man wissen, dass man eben zu einer gewissen Tageszeit, gerade im Sommer, dann auch alles, was so vom Dach kommt, mehr oder weniger zu 100 Prozent ins Haus schickt. Dann gab es auch ein sehr lästiges Problem. Ich hatte nämlich immer wieder Netzwerkprobleme. Das heißt, in der App wurde das System entweder als offline angezeigt oder ein Akku war irgendwie offline. Beide Akkus waren offline. Es gab irgendwie ein Netzwerkproblem. Es wurde das Gerät als nicht verbunden angezeigt. Also beispielsweise hier die Akkus wurden als nicht verbunden angezeigt. Trotzdem habe ich dann gesehen, dass in den Akku geladen wird. Also da war er wohl bloß laut App war er nicht verbunden. Manchmal war auch die komplette Solarbank offline. Das heißt, das gesamte System, die gesamte App zeigte an, ja, ich bin überhaupt nicht verbunden. Ja, das war auch immer lästig und da half eh mehr oder weniger ab und zu die App neu zu starten. Das hat irgendwie ein-, zweimal geholfen. Aber auch zwei- oder dreimal musste ich tatsächlich meinen Router neu starten, weil offensichtlich hier die Akkus, die ja die WLAN-Verbindung herstellen zum Router hier im Haus, ja, die Verbindung verloren haben und sie ließen sich auch nicht wiederherstellen. Also sie ließ sich nicht wiederherstellen, die Verbindung. Dazu musste ich den Router neu starten. Ja, und dann lief es wieder. Dann gab es hin und wieder komisches Verhalten der Akkus. Also Beispiel, ein Akku war auf 100% voll und schon im Bypass. Der zweite Akku war noch lange nicht voll. Trotzdem wurde ins Haus eingespeist, aber eben nicht von dem 100% Akku, sondern von dem deutlich leeren Akku. Und der Akku, der im Bypass war, also auf voll geladen, der hat überhaupt nichts ins Haus geliefert und hat sich mehr oder weniger totgestellt. Und der andere, der eigentlich noch hätte laden sollen, der hat dann irgendwas ins Haus eingespeist. Und dann gab es den historischen Tag, wo ich tatsächlich im April 1728 Watt von den Solarpanels bekommen habe. Wir erinnern uns, 1780 ist die Peakleistung. Das heißt, da lag ich ja fast an der Peakleistung an dem einen Tag. Das war zwar nur sehr kurz, weil die Sonne wohl sehr optimal auf die Panels geschienen hat für eine kurze Zeit. Aber immerhin schön zu sehen, dass es wirklich funktioniert. Und für ein Balkonkraftwerk ist das natürlich eine traumhafte Leistung. Wohlgemerkt geht das alles nicht ins Haus, sondern hauptsächlich in die Akkus. Wenn ich mir was wünschen dürfte von Anker, dann wären das so ein paar kleine Verbesserungen in der App zum Beispiel, hauptsächlich was den Graphen betrifft. Der Graph, da kann man ja umschalten zwischen Solarbetrieb und Akkuanzeige. Und das sind zwei verschiedene Ansichten. Da kann man immer nur hin und her schalten. Ich würde mir wünschen, dass man diese beiden Ansichten in einem Graph darstellen kann, sodass man eben Solarertrag und Akkueinspeisung irgendwie miteinander vergleichen kann. Dann wäre es auch schön, wenn man den Graphen zoomen könnte. Der ist nämlich immer starr. Man kann da keine X-Achse verändern oder so die Spreizen oder so, dass man die Werte besser ablesen kann. Das wäre schön, wenn es das irgendwann gäbe. Auch wäre es schön, wenn man sich die Werte mit so einem Tipp auf diesen Graphen irgendwie anzeigen lassen könnte für die entsprechende Stunde. Momentan wird nämlich nur der Peak-Wert des Tages angezeigt. Und alle anderen Werte dieser Kurve, die kann man dann nur raten. Also keine Chance rauszufinden, wie viel Watt das denn wirklich war. Als Fazit würde ich sagen, wenn ihr mich jetzt fragt, welches Balkonkraftwerk mit Speicher würde ich euch denn empfehlen? Ihr wisst ja, ich habe schon diverse Hersteller getestet. Ein System ist komplett zurückgegangen. Ein zweites System hat auch nicht unbedingt hundertprozentig funktioniert. Und das, was ich hier bei mir jetzt aufgebaut habe, das Anker Solix Solarbank Dual System, hat meine Bedürfnisse relativ gut befriedigt. Nicht zu 100%, aber ich würde mal sagen, 90% liegen wir also schon relativ dicht dran. Es gab keinerlei wirklichen dramatischen Ausfall. Und von daher ist das System bisher sehr zuverlässig. Ihr solltet euch das unbedingt mal anschauen. Hier unten in der Videobeschreibung habe ich auch einen Link dazu für euch. Schaut da mal bei Anker rein. Und vielleicht ist das System ja was, genau das, was ihr sucht. Und kleiner Spoiler, Anker hat ein neues System in petto in Bearbeitung. Und das kommt in wenigen Wochen auf den Markt. Und darüber mache ich demnächst noch ein Video. Also wenn ihr ein Balkonkraftwerk mit Speicher sucht, wo ihr auch eine Nulleinspeisung realisieren könnt und wo ihr auch deutlich mehr als drei Kilowattstunden speichern könnt, ja, dann könnte das für euch interessant werden. Das ist aber noch nicht auf dem Markt. Ich habe die ersten Infos von Anker bekommen. Wie gesagt, das kommt demnächst, das Video dazu. Könnt ihr gespannt sein. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.